Äh, die da zu dem Huron hierhin rennen. Ja, das Problem ist, da sind gerade so viele Hubsen noch unterwegs. Bitte? Lustige Geschichte, was ist denn der Huron? Ist das der, der mit den zwei Rotoren? Ja. Was ist denn das für ein Elikopter, der da noch fliegt? Das ist ein Norbert, das ist ein Ghost Talk. Ghost Talk. Der fliegt hinter uns her, ne? Er ist einfach in der Nähe und knallt alle anderen ab, die da hingehen. Ja, oh, der rammt uns gleich. Oh, der hat uns gerammt. Yo. Boah, was für ein Wigster. Alter, uns hat der Ghost Talk gerammt. Wir sind tot. Die auch. Ähm...